Musik 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 Bruder, auf den Weg. Oh, super, das ist die Beste. Ja, das ist ja nicht gut. Musik 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 Ja, wir sitzen auf. Warte, warte. Ich schieb die Bode an. Alles wird gut. Ich schaue. Easy. Link, rechts ist ein Stein auf ein Rohr, ne? Dann kommen wir da vorbei. Alles ist gut. Guck! Guck! Okay, wir sind wieder auf dem Stein. Oh, das macht hin, das wäre fast richtig. Boah, das wäre fast richtig. Und paddeln. Achtet von links drückt Wasser ein. Das wäre nicht wirklich gegangen. Na ja, rechts vorbei. Oh, Äste, Bäume, kann man sehen. Aber zumindest wenig Strömung. So, leicht nach links, ganz nach links, weil sonst haben wir kein Wasser mehr. Es könnte sein, dass wir da natürlich hängen bleiben. Ja, ja, ah, den sehe ich, hast du recht. Ich weiß nicht, ob wir da ganz links, wo das sprudelt, bleiben wir wahrscheinlich auf den Stein hängen. Und rechts ist es zu flach. Ja, wir müssen den Kompromiss finden. Ja. Ich steuere gleich nach rechts, alles gut. Ach ne, das geht, wunderbar. Ich steuere gleich nach rechts. Ich steuere gleich nach rechts. Ja. Ich steuere gleich nach rechts. Ja, das passt. Ja, das passt. Jawoll, jawoll. Und aufsoffen, volle, volle. Wunderbar. Super. Weiter. Genau. Perfekt. Und jetzt an dem nächsten Stein pfeffer. So schaffen. Einfach. Ja. Das ist einfach unheimlich schön hier. Ja, aber ich finde, die Strecke ist doch einsamer als die Viossa-Tour. Mal abgesehen von zum Teil der parallel führenden Hauptstraße. Aber so an den Ufern. Und hier wird kein Wasser entnommen für die Landwirtschaft. Toll. Weiter links. Ja. Ja, ja, ja. Mittendurch. Das ist nicht schlimm. Oh, da oben liegt ein Ferienhaus. Wir paddeln ganz links. Ich muss einfach einmal aufstehen, ob da irgendwas besonderes ist. Nee. Unten am Drückenpfeiler müssen wir jetzt nicht mitnehmen aus Wirdschirm. Ich hatte lange Zeit. Ja, ja, alles gut. Ich geh mal. Oh, da sind fieser Betonpfeiler. Ja, wir machen das. Nein, nein. Alles gut. Wir schaffen das. Ganz... Lungenhinschrift. Es gibt immer Steine. Ja, ich... Ja, es ist aber nicht für Einfachheit. Ich kann das auch nicht so sehen. Sehen, wo hier die Steine sind, ehrlich gesagt. Ja, ja, das ist so. Das ist nicht easy. Das ist nicht easy. Das ist nicht easy. So, und dann? Jetzt gerade aus Runter noch zwölf Uhr. So, noch dicker Stein. Da ist die Kini drauf. Ja, der nervt. Genau, der. Ja, ja, recht. Oh, das... Ist das ein Schakal? Oder ein Hund? Ich hatte gerade gedacht. Hier ist ein Hund. Ich dachte, das wäre ein Schakal. Rechts von den Steinen. Oh, das ist ja aber auch alles eine enge... Ja, ja. Alles gut. Schaffen wir. Und noch mal links. Was ist denn dahinter? Rechts. Jawohl, rechts, rechts. Alles gut. Den dürfen wir nicht mitnehmen. Links. Schaffen wir auch. Alles gut. Ja. Sieht nach Aufsätzen aus oben. Ja. Ein bisschen mehr nach links, oder? Das sind so wie Steine. Wir werden irgendwo aufsetzen. Das kann ich gar nicht steuern. Egal jetzt. Mal sehen, ob das was wird. Nee, guck mal, so schnell geht das. Ich sehe den. Ich sehe den ganz fieser Stein, aber ich versuch da rumzukommen. Ich habe mich mit dem gesehen. Genau, schön aufstoppen. Alles gut. Genau, dieser Spitze wieder ein bisschen steigen. Alles gut. Und nun? Nun mittendurch. Weiter rechts. Weiter rechts. Weiter rechts. Weiter rechts. Ich dritte das Boot. Oh, da in der Mitte ist auch noch einer. Wunderbar. 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 So, wo sind die nächsten? Und die anderen nach unten? Genau. Hier rum. Und jetzt rechts. Alles gut. Alles gut. Ja. Ja. Wo sind die Steine? Oh, 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 oh. Alles gut. Weiter, gib Gas, gib Gas. Oh. Ich bin draußen. Alles gut. Raus steigen, bevor das Boot kaputt ist. Ich hab das nicht steuern. Stuck, time, slow down Would it be Too crazy If we Decided to stay forever Decided to stay forever Forever We are not No Das ist ein ganzes Wachstum, das ist ein ganzes Wachstum. Musik So, wir sind auf dem Weg zur Einsatzstelle und das hier ist der perfekte Übernachtungsplatz im Fluss mit Feuerstelle. Start in den heutigen Paddeltag. Ah, das Wasser hat gefühlte 5 Grad. Start. Oh, ich muss jetzt nicht hinfliegen. Katastrophe. Musik Erst einmal ins Tiefe fahren. Das ist ein Flach hier. Das ist ein Flach. 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 Das ist ein Flach.